Hallo. Hallo. Du hast gute Laune. Immer. Erzähl mal was. Wo kommst du her? Was machst du? Ich bin Julienne Céline. Ich komme aus dem Saarland. Du hast einen schönen Namen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Name. Ich dachte eher, du hast so französisch oder französisch. Ihr wohnt da ja fast an der Grenze. Oder wie ist das? Saarland, ja. Aber leider nicht in Saarbrücken. Das wäre viel besser. Wir kommen halt aus dem Dorf. Ich auch. Dorf ist gut. Dorf ist schön. Finde ich auch. Wie meinst du? Was hast du uns für einen Song mitgebracht? Ich habe vor Dieter Bohren Respekt. Sehr viel. Weil der hat schon so viel erreicht. Und dann vor ihm vorzusingen, bin ich schon nervös. Bin ich schon nervös. Weil er hat auch hohe Erwartungen dann. Also ich habe einmal Lost Without You von Freya Writings. Das würde ich kennensingen. Ja, dann sind das. Ich warte ein Vielfalt. Tin mann auf die Plattform, detpektive gسم dir, und das ist um im Boden zu reden. Was hai auf das? Wasst du? Fuck. I think I'm lost without you, cause I've been strong for so long that I never thought how much I needed you, I think I'm lost without you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mega! Wahnsinn. Keine Worte, ich habe keine Worte. Und das sind diese Gefühle, dieser bisschen Schmerz in der Stimme, das ist geil. Ich hatte Gänsehaut. Natürlich. Bleib so natürlich, wie du bist. Hammer, perfekt. Eigentlich fand ich die heute am besten. Das ist nicht Stage School oder sowas, sondern das ist, ich bin Mädchen, hier ist mein Leben. Mega! Das war so mega! Das war richtig geil! Das war so mega! Ich bin so stolz! Wahnsinn! Die erste Hürde ist genommen auf dem Weg zum Superstar. Doch die Konkurrenz sinkt sich schon warm. Die haben eine neunzige date, dann Sie gehen. Ich habe ihn auf dem Weg zum Beispiel.